Ok. Du hast einen Plan. Ziemguru. Wie bei Bernerinnen und Berners? Es geht dann los. Oft haben sie den Bauch nicht gesehen. Läuft es jetzt schon? Der Grundgedanke ist, dass man... ist die Frage, wo fällt die Musik an? Wo hört die Musik aus? Eben, das kennt man einfach noch nicht so. Was für ein Journal? Journal B, nein, kenne ich nicht. Nein. Nein. Wie? Nein, das kann ich nicht. Bernerinnen und Berner haben die Wahl. Zwei Tageszeitungen gibt es, drei Lokalradios, Radio DRS und ein Regionalfernsehen berichten aus Bern für Bern. Trotz dieser Vielfalt ein Verlag dominiert den Medienplatz die Zürcher Ta-Media-Gruppe, die den Bund und die Berner Zeitung herausgibt. Ab heute will Journal B, eine Online-Zeitung, die Berner-Medien-Szene aufmischen. So, dann Feri, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt geht's los! Es sind um, Zögel gehört sich! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.